Wir sind Team Billion 1, die deutsche Nationalteam im Zitronen-Eiskünstler. Wir sind ein Team, zusammengewirkelt aus Läuferinnen aus Deutschland, aber auch aus anderen Ländern wie Russland oder Japan. Und wir trainieren fünfmal die Woche für unser großes Ziel, eine gute Platzierung bei der Weltmeisterschaft in Lake Plässe zu erreichen. Wir arbeiten zusammen und wollen zusammen was erreichen. Und das macht uns stärker und das liegt uns am Herzen. Wir wollen dieses Jahr unsere 25. Deutsche Meisterschaft holen und uns damit für die Weltmeisterschaft in Lake Plässe qualifizieren. Gebt uns eure Stimme! Hey! Team Billion 1!